Hey! Hallo! Sag mal, hast du ein paar Decks an den Fingern? Simpel. Die Falze ist. Schäme uns einen Falz, gell? Glua, Glua, Glua. Ah, Frau Bremert! Ulwin! Ja, ich habe das letzte Woche gesehen, wie Sie dem Müllwacher hinterhergerannt sind. Habt ihr das jetzt mitgekriegt? Letzte Woche ist die dem Müllwacher hinterhergerannt und hat noch so ein Tut in der Hand gehabt. Und hat rufen, nehmt ihr noch Müll mit? Dann hat er gesagt, ja, guck's, nein. Wenn die nachher kommen, der kriegt eine Flasche Wäufen mehr. Schon fertig, dann kommt hier einer. Ihr kennt die alle. Komm, wer ist das? Das ist aber kein Papier, Müll. Nein, ich sag, Meister, das ist Papier in Buchform. Dass dir das fremd ist, ist mir klar. Also ich wäsch alles ab. Alles! Hees! Aufgedreht Heeswasser, bis es gewallt. Und dann wird da alles gewäsch'n. Was eingekauft wird. Gut, für den Salat ist es scheiße. Wir haben im Gang so einen Schränkel stehen, mit drei Schubladen. Und die Oberste ist die erste. Die Hand halber ab, die Finger verschmiert. Jetzt, was ist denn der Schublad drin? Da ist dann... Auf dem Impfpass die Schubix, verstehst du? Abgebrennte Kerzenstumpe. Dann Schlüssel, Schlüssel. So viele Tiere hat das Pentagon nicht. Dann rahmst du, dann rahmst du... Da ist zum... Ah, Streichholzschachtel. Voll, volle Streichholzschachtel. Machst auf, alle abgebrennt. Und eigentlich schmisst man ja so jemand ansehen, dass er will schnell heim. Der Algekarte will jetzt heim. Aber nee, da kommt dann jemand dir entgegen. Da auf dem Weltladen. Dann schreibt dir so ein Flugblatt entgegen. Wer macht heutzutage die Schlitze in die Kaffeebohnen? Oder so irgendwas. Dann läufst du. Mann, Herr, ist das ein Wahnsinn. Hallo? Kommen Sie mal unter dem Vordach raus, das ist die... Ach, schi... äh... schi... ähm... lau... ähm... schi... ähm... Schi... ähm... äh... ja... Du! Ja, ich mach dir auf... schi... ähm... ähm... Ding! Ja! So kein Scheife ist doch der Name von der Mädel. Äh, ich hab mir den an dir. Schi... du draufgestimmt. Ach du, ich hab's noch. Jetzt hab ich's noch. Jetzt hab ich's noch. Shiva Sina Lava. Haga Laubheimer. Haga Laubheimer. Haga Laubheimer. Haga Laubheimer. Was wusstest du das von? Ist ja mit Haga Laubheimer schon gestraft. Haga Laubheimer. Jetzt der Vater, hässt, äh... Harry mit Vornamen. Harry Haga. Schöner Name. Und Sie, Marion Laubheimer, geht ihr an. Bloß auf dem Standesamt haben sie dann den Überblick verloren. Ich hab ja ähnlich ausgesehen wie dieser. Doch, doch, ich hab ja ähnlich ausgesehen wie dieser. Nur mir hat ein bisschen Volumen gefehlt. Und da war der Entschluss klar. Was ich mache? Nach der Schule direkt zum Friseur und hier Volumen. Die Blatt an der Spiegel auf der Stuhl. Das ist die Seerkammer. Ich setze mich hin und tatsächlich kommt so ein Foto an, junge Frau. Dann hat ich gesagt, so, in 10 Minuten komm ich wieder. Dann hab ich gedacht, Meister, in 10 Minuten seh ich so aus. Oh nein, das ist meine Chance. So hab ich meine Frau kennengelernt. So hab ich dich kennengelernt. Oh nein, das ist meine Chance. Oh nein, das ist meine Chance. So hab ich dich gelohnt. Nehmt ihr noch Mühe mit? Ja, Dieter. Hutsch neu. Wascht ihr noch nicht? Das ist meine Chance. Das ist meine Chance. Alles bin ich! Das ist meine Chance. Vielen Dank.